Okay, äh, Versuch Nummer 2. Hoffentlich nimmt das Mikro heute mal den Ton auf. Ähm, hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich bin wieder da. Ich war in Neuseeland für siebeneinhalb Monate. Ich bin vor zwei Tagen in Hamburg gelandet, nach 34 Stunden Reise und davon 23 im Flugzeug. Und, ja, ne, bin wieder da. Und es kann jetzt auch mit YouTube weitergehen, aber es werden sich ein paar Sachen ändern. Ich hab mir das schon ein bisschen überlegt, aber noch nicht sehr viel. Und zwar, ich hab mir jetzt gar nicht überlegt, was ich sagen möchte. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich wirklich mit YouTube weitermachen möchte. Ähm, ich werd jetzt erstmal zwei bis drei Wochen so eine Art Testphase machen. Weil auch andere Dinge sich ändern müssen, aber da komm ich gleich drauf zurück. Und nach zwei, drei Wochen entscheide ich dann, ob ich, äh, ob ich weitermachen möchte mit YouTube. Oder ob ich dann aufhöre. Je nachdem, wie das so läuft mit dem Channel, wie ihr da so Bock drauf habt und wie ich da vor allem Bock drauf hab. Weil ich, äh, in nächster Zeit etwas mehr zu tun habe, haben werde. Mit Studium und Arbeiten und so einem Kram. Ähm, ich werd mir auch für YouTube jeden Tag jetzt nur noch zwei bis drei Stunden Zeit nehmen. Das heißt, es wird weniger Minecraft geben. Vielleicht nur noch so, weiß ich nicht, 50% meiner Zeit für Minecraft benutzen. An Wochenenden kann ich natürlich ein bisschen länger machen, aber... Ja, und es wird andere Spiele geben. Zum einen Terraria, hab ich mir überlegt. Da ist ja, glaube ich, ein Update rausgekommen, weiß ich nicht genau. Ich meine aber, ich hab da neuen Content auf YouTube mal gesehen. Und, äh, ja, das wird's auf jeden Fall geben. Vielleicht im Koop-Modus mit irgendjemand anderem. Ähm, dann hab ich an The Binding of Isaac gedacht. Und eventuell Nuclear Throne. Und, ja, falls ihr da vielleicht irgendwelche Ideen habt, äh, und SimCity. Ähm, aber das nur vielleicht, weil ich nicht weiß, ob mein PC das aufnehmen kann. Weil der ist wahrscheinlich zu langsam. Neue Grafikkarte könnte ich mir vielleicht kaufen, aber... Ähm, da müssen wir mal schauen, wie das vor allem so weitergeht jetzt erstmal in nächster Zeit. Ähm, ja, was haltet ihr davon? Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall froh, wieder da zu sein. Ähm, ja. Ich denke mir, ihr seid auch froh, dass ich wieder da bin. So wie ich das in den paar Kommentaren gelesen hab, die ich gesehen hab. Äh, ja. Was hab ich vorhin noch gesagt, als der Ton nicht aufgenommen wurde. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Ich glaub, das war's erst mal. Aber schreibt erstmal in die Kommentare. Es wird weniger Minecraft geben, dafür mehr andere Spiele, so Binding of Isaac und so. Ähm. Weil einfach da nicht mehr Content raushauen kann. Dann gibt's auch jeden Tag auf jeden Fall ein Video. Hm, hm, hm. Redstone Battle können wir zurückholen, obwohl ich bestimmt jetzt richtig schlecht mit Redstone bin. Äh. Äh, ja. Genau, schreibt mal in die Kommentare. Über Neuseeland kann ich sicherlich noch in anderen Videos erzählen. Und ihr könnt da ja auch ein bisschen Fragen stellen in den Kommentaren, damit ich genau weiß, was ihr, wofür euch interessiert und so. Ja. Also. Wir sehen uns dann, ähm, demnächst. Ich denk mal, es geht dann so am Wochenende oder nächste Woche, Anfang nächste Woche los. Wieder mit Minecraft, mit Donji und dann schauen wir mal, wie's läuft, ne? Also. Bis dann. Tschüss.